Ein gutes Puzzle-Spiel geht immer. Das dachte in den 90ern auch Nintendo und veröffentlichte viele solcher Titel, die auch gerne mal einen eigenen Charakter als Star hatten. Neben Mario & Co. hat auch sein böser Widersacher Wario einen Titel bekommen. Wie spielt es sich? Was taugt Warios Woods für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Nintendo programmiert und auch 1995 bei uns veröffentlicht. In den USA erschien es ein Jahr früher und in Japan gar nicht. Neben dem Super Nintendo erschien im selben Jahr auch eine Version für das NES. Das Spiel ist heute unter anderem in der virtuellen Konsole des 3DS und der Wii U erhältlich. Die Story ist natürlich simpel. Mario ist in das Pilzkönigreich eingedrungen. Mario scheint gerade irgendwie beschäftigt zu sein und so muss der Pilzkopf Toad-Defice wieder vertreiben. Mit der Logik hätte das Spiel ja auch eher den Toads Woods heißen müssen, aber naja, egal. Wie schon gesagt ist das Spiel ein Puzzlespiel. Wie viele seiner Art lässt es sich dabei vom Gameplay her stark von Tetris inspirieren, aber verleiht dem Ganzen natürlich noch einen ganz eigenen Twist. Auf dem Spielfeld habt ihr kleine Monster verteilt, die verschiedene Farben haben. Von oben fallen jetzt Bomben oder Monster herunter. Eure Aufgabe ist es nun mindestens 3 Bomben bzw. Monster derselben Farbe zu kombinieren, um sich verschwinden zu lassen. Mindestens ein Element in dieser Reihe muss dabei allerdings eine Bombe sein. Logisch, sonst habt ihr ja keine Spendkraft. Soweit also Standard. Die Steuerung des Ganzen ist hier doch etwas anders, da ihr nicht die Blöcke direkt steuert, sondern unseren Helden Toad. Der flitzt im Spielfeld herum, stapelt die einzelnen Blöcke. Ihr könnt die Blöcke dabei aufheben und werfen und Ziel ist es natürlich, das eigene Spielfeld freizukriegen. Wenn es nämlich voll ist, ist Game Over. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, da sich das Gameplay durch diesen Twist angenehm anders anfühlt und auch spielt. Damit euch nicht so schnell langweilig wird, gibt es viele verschiedene Spielmodi. Im Hauptmodus tretet ihr gegen verschiedene Computergegner an, die alle ein eigenes Spielstil haben. Ziel ist es dort immer, vor diesem fertig zu werden. Es werden dabei immer 3 Runden gespielt und wenn ihr das geschafft habt, kommt der nächste dran. Dieser Modus lässt sich auch gegen einen menschlichen Mitspieler spielen. Im Storymodus habt ihr keine Gegner. Hier kämpft ihr gegen die Zeit und je schneller ihr ein Level leer räumt, desto mehr Münzen bekommt ihr. Solltet ihr aber zu lange brauchen, kommt Vario vorbei und behindert euch und macht das Spielfeld kleiner. Es gibt noch andere Modi, aber die sind im Prinzip nur Varianten von diesen 2 Prinzipien. Die Steuerung des Ganzen braucht jedoch viel Eingewöhnung, da die nicht ganz so einfach von der Hand geht. Vor allem weil man das direkte Steuern von Blöcken aus dieser Art von Spielen einfach gewöhnt ist. Alle 4 Tasten des Gamepages sind mit verschiedenen Funktionen überlegt und so kommt man mal schnell durcheinander. Die Grafik ist, wie nicht anders zu erwarten war, wunderbar stimmig und einfach zeitlos. Die Animationen sind schön geraten und die allgemeinen Umgebungen sind ebenso jederzeit passend. Der Sound ist ebenso genau das, was ihr von ihm erwartet. Typisches Puzzler-Gedoodle begleitet euch und die Effekte sind unauffällig, aber passend. Was taugt Varios Woods für Super Nintendo heute noch? Es ist natürlich nicht wie anders von Nintendo zu erwarten war, ein solides Puzzle-Spiel. Der Twister-Steuerung bringt nochmal eine ganz andere Ebene in das eher Standard-Spiel-Prinzip hinein. Ganz wahr bin ich ehrlich gesagt jedoch nicht mit dem Spiel geworden, da die Steuerung für mich einfach zu fummelig und zu kompliziert ausfällt. Puzzle-Fans können hier aber auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Das war der Test für Varios Woods für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschöööö.